Stempel Winkle – seit 1954 Ihr kompetenter Partner für Hochdruckformen. Mit dem Anspruch, höchste Reproduktionsgenauigkeit des Originals auf den unterschiedlichsten zu bedruckenden Materialien zu erreichen, sind wir ein verlässlicher Partner für die nationale und internationale Verpackungsindustrie. Wir legen großen Wert auf eine umfassende Beratung unserer Kunden, um für jeden Auftrag die maximale Druckqualität zu erreichen. Mit unserem Know-how und unserer langjährigen Erfahrung finden wir immer den besten Weg zur Umsetzung Ihrer Druckaufträge. Für maximale Effizienz und Qualität werden bei uns stets die neuesten Grafiksysteme und spezielle Verpackungssoftware eingesetzt. Mit Messgeräten zur exakten farbmetrischen und mikroskopischen Vermessung gewährleisten und dokumentieren wir die Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards. Wir sind nach DIN EN ISO 9001-2008 zertifiziert und wurden für unseren betrieblichen Umweltschutz mit dem vom Land Baden-Württemberg geförderten Projekt ECOFIT ausgezeichnet. Wir bieten ein sehr breites Produktspektrum. Dazu zählen die unterschiedlichsten Stempel vom Holzstempel bis zum Stempelautomaten, auch in mehrfarbiger Ausführung, sowie Wiegestempel für großflächige Signaturen und Motivstempel. Auch Lasergravur-Gummiplatten werden bei uns kundenspezifisch in verschiedenen Größen, Stärken und Beständigkeiten für die unterschiedlichsten Anwendungen hergestellt. Unser stärkster Bereich ist die Herstellung digitaler Flexo- und Buchdruckformen mit modernster Lasertechnik. Hier bieten wir eine große Materialvielfalt für verschiedenste Einsatzgebiete, zum Beispiel auch für den partiellen Auftrag von Leim, Silikon und Lack oder als Prägeformen. Mit unseren Druckformen erreichen wir höchste Abbildungsqualität, was bereits durch mehrere Auszeichnungen anerkannt wurde. Unsere große Bandbreite, Flexibilität, hohe Zuverlässigkeit, langjährige Erfahrung und termingetreue Lieferung zeichnen uns aus. Stempelwinkle – für Druckqualität, die Maßstäbe setzt.